In diesem Video gebe ich dir 7 Tipps, mit denen du garantiert erfolgreich wirst. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. In dieser Videoreihe dokumentiere ich meinen Weg zum Milliardär. Wie schon erwähnt, werde ich dir in diesem Video 7 Tipps geben, mit denen du erfolgreicher wirst. Natürlich ist jeder Tipp allein extrem wichtig, aber wenn man alle Tipps gleichzeitig beachtet, dann kann man nur erfolgreich werden. Let's go! Tipp Nummer 1. Beachte die Basics der Gesundheit. Schlaf, Ernährung, Sport. Und hierbei geht es nicht nur darum, nicht krank zu werden, sondern auch darum zu funktionieren. Denn wer keinen guten Schlaf hat, sich schlecht ernährt und kaum Sport macht, der wird wohl kaum in der Lage sein, fokussiert und produktiv zu arbeiten. Abgesehen davon, dass man durch genügend und qualitativ hochwertigen Schlaf seine Lebensdauer drastisch verlängert und die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Erkrankungen drastisch senkt, hat man eine deutlich bessere Konzentrationsfähigkeit, einen deutlich besseren Gemütszustand und man kann komplexer und kreativer denken. Ich habe bereits ein Video über das Thema Schlaf gemacht. Check das gerne unten aus. Da erkläre ich ganz genau, wie du deine Schlafqualität aufs nächste Level bringst. Ernährung. In der heutigen Welt sind wir so verwöhnt, dass wir Ernährung als Genuss ansehen. Dabei sollte es eigentlich als Treibstoff für unseren Körper dienen. Das heißt nicht, dass man sich nicht ein-, zweimal die Woche was gönnen darf. Man sollte nur nicht den Anspruch haben, bei jeder Mahlzeit ein neues, ultimatives Geschmackserlebnis zu haben. Stattdessen sollte man das essen, was einem Energie gibt und nicht was dazu führt, dass man sich müde, träge oder aufgebläht fühlt. Um den ganzen Tag arbeiten zu können, sollte man möglichst auf Kohlenhydrate verzichten. Vor allem auf hochkalorische Lebensmittel wie Reis, Mehlprodukte, Kartoffeln und natürlich alles, was Zucker enthält. Am besten eignen sich Lebensmittel, die größtenteils aus Protein und Fett entstehen, denn Fett ist ein deutlich langfristiger Energiedieferant als Kohlenhydrate. Vor allem man erlebt kein Tief nach den Mahlzeiten. Das vermutlich beste Lebensmittel, um gut zu funktionieren, ist meiner Erfahrung nach ein Rindersteak oder einfach Eier. Sport Wenn man die gesündeste Tätigkeit nennen müsste, die es auf diesem Planeten gibt, dann wäre es vermutlich Kraftsport. Aber auch alle anderen Sportarten haben natürlich einen extremen Einfluss auf deinen Erfolg. Es gibt fast keinen erfolgreichen Menschen, der keinen Sport macht. Die Vorteile von Sport sind gewaltig. Sport sorgt nachweislich zu einer besseren Gehirnleistung, zu einem besseren Immunsystem. Sport beugt so ziemlich allen Krankheiten vor und erhöht nachhaltig den Topaminspiegel. Das führt dazu, dass man eine deutlich bessere Laune hat und viel motivierter ist, Dinge anzufangen. Jeden Tag Sport zu machen ist also ein Muss, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, denn das reicht schon aus, um alle gerade genannten Vorteile zu erfahren. Tipp Nummer 2. Kein Social Media und keine Drogen. Und ja, ich verwende diese zwei Dinge absichtlich in einem Tipp, denn die Wirkungsweise ist die gleiche. Sowohl Drogen als auch Social Media, Netflix, Musik, Pornos führen zu einer extrem hohen Dopaminausschüttung im Gehirn. Und das ohne etwas dafür tun zu müssen. Die Droge werfe ich einfach ein oder trinke ich und das YouTube-Video kann ich mit einem Knopfdruck abspielen. Die Folgen sind fatal. Schießt der Dopaminspiegel kurzfristig in die Höhe, so ist der langfristig unter dem Normalzustand. Wer beispielsweise einmal pro Woche Alkohol trinkt, der hat in den folgenden sechs Tagen einen niedrigeren Dopaminspiegel, als wenn er gar kein Alkohol getrunken hätte. Und gerade Social Media wird dabei unterschätzt, da es keine körperlichen Folgen wie beispielsweise Alkohol oder andere Drogen hat. Der Dopaminanstieg beim Konsum von Social Media ist allerdings genauso hoch wie bei Drogen wie Alkohol. Am schlimmsten sind Pornos. Diese haben sogar einen ähnlichen Dopaminanstieg wie Kokain und Opium. Während wir aber, wenn überhaupt, nur ein-, zweimal die Woche Drogen konsumieren, so sind wir jeden Tag auf YouTube, Instagram, Netflix und Co. unterwegs. Die Folgen sind chronische Unmotiviertheit und ein extrem schlechter Gemütszustand. In meinem letzten YouTube-Video zum Thema Depression bin ich nochmal ganz genau auf die negativen Folgen von Social Media eingegangen. Tipp Nummer 3. Motivation ist nicht so wichtig wie Disziplin. Viele haben extrem große Ziele, aber ihnen fehlt einfach die Motivation, an ihren Zielen zu arbeiten. Doch die Motivation wird nicht eines Tages einfach so auftauchen. Vielleicht wird sie sogar nie auftauchen. Wer wirklich erfolgreich werden will, der muss arbeiten, auch wenn er nicht motiviert ist. Selbst bei Tätigkeiten, die man über alles liebt, wie bei mir beispielsweise das Krafttraining, gibt es trotzdem Tage, an denen man einfach keine Motivation hat. Doch wenn man trotz mangelnder Motivation trotzdem ins Gym geht, dann baut man Disziplin auf. Denn genau das ist die Definition von Disziplin. Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat. Deswegen, wenn ihr mal keine Motivation habt, irgendwas zu tun, dann freut euch, denn jetzt habt ihr die Chance, Disziplin aufzubauen. Die Annahme, es würde irgendwann eine Phase geben, in der man immer motiviert ist, ist falsch. Es wird immer Tage geben, an denen man einfach keinen Bock hat. Hier ein kleiner Tipp. Zwingt euch öfter mal dazu, Dinge zu tun, auf die ihr keinen Bock habt. Beispielsweise kalt duschen oder eine Runde Joggen zu gehen. Dadurch trainiert ihr eure Disziplin und wenn ihr mal keinen Bock habt, irgendetwas zu tun, dann wird es euch leichter fallen, es trotzdem zu tun, weil ihr Disziplin habt. Tipp Nummer 4. Meditieren. Alle Probleme auf dieser Welt existieren nur, weil die Menschen nicht in der Lage sind, eine halbe Stunde im Raum zu sitzen und rein gar nichts zu tun. Diese Aussage klingt jetzt etwas überspitzt, aber es ist auf jeden Fall was Wahres dran. Denn wer nicht in der Lage ist, gar nichts zu tun, der hat auf jeden Fall keinen inneren Frieden. Versuche es dir zur Gewohnheit zu machen, mindestens 10 Minuten am Tag zu meditieren und verwende dabei bitte keine App, keine Musik und sonst nichts. Setze dich einfach hin und versuche an nichts zu denken. Da das für die meisten vermutlich unmöglich ist, versucht am Anfang erstmal, euch auf eure Atmung zu konzentrieren. Aber später sollte auf jeden Fall das Ziel sein, an rein gar nichts zu denken. Eine bessere Konzentrationsfähigkeit, bessere kognitive Fähigkeiten und ein glücklicheres Leben sind nur eine der unzähligen Folgen von Meditation. Kleiner Tipp, es geht nicht darum, direkt eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag zu meditieren. Du kannst einfach mit zwei Minuten am Tag anfangen, aber dafür mache es jeden Tag ohne Ausnahme. Und meditiere am besten immer zur selben Zeit, denn dann wird es schneller zu einer Gewohnheit. Wenn man das dann ohne Ausnahme 30 Tage geschafft hat, dann kann man die Dauer leicht erhöhen. Tipp Nummer 5, lesen. Jeder Mensch sollte jeden Tag lesen, aber kaum jemand macht es. Aber warum ist Lesen so wichtig? Mal ganz davon abgesehen, dass man sich beim Lesen über jedes beliebige Thema informieren kann, verbessert Lesen die Gehirnleistung. Und zwar enorm. Wer intelligent ist, sich aber nicht gut ausdrücken kann, der wirkt nicht besonders schlau. Und wer dumm ist, sich aber sehr gut ausdrücken kann, der wirkt vermutlich schlau. Intelligenz bringt also gar nichts, wenn man sich nicht ausdrücken kann. Und selbst wenn du nicht intelligent bist, dann lern einfach dich gut auszudrücken und du wirst sehr intelligent wirken. Deswegen lese jeden Tag, denn es ist die so ziemlich beste Möglichkeit, um deine Ausdrucksweise zu verbessern. Tipp Nummer 6, Selbstreflexion. Schreib dir deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele auf und kontrolliere regelmäßig, ob du deine Ziele erreichst und ob du noch daran arbeitest. Und bevor du jetzt direkt zum nächsten Tipp springst, weil du glaubst, dass das Ganze unnötig sei, warte kurz. Denn das ist der wohl meist unterschätzte Tipp hier in diesem Video. Es heißt so schön, ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Boot ohne Segel. Wenn du nicht genau weißt, was dein Ziel ist oder wie du dein Ziel erreichst, dann wirst du es höchstwahrscheinlich auch nicht erreichen. Deswegen ist es extrem wichtig, dir nicht nur ein großes Ziel zu setzen, sondern dieses Ziel auch in ganz viele kleine Zwischenziele zu unterteilen. Das hat noch einen weiteren extrem positiven Effekt, denn wenn du dir etwas vornimmst und es dann auch machst, dann gibt es dir Selbstvertrauen. Das ist sogar die Definition von Selbstvertrauen, denn Selbstvertrauen ist nichts anderes als das zu machen, was man sich selbst sagt. Je mehr Selbstvertrauen du durch kurzfristige Ziele bekommst, desto leichter wird es dir in Zukunft fallen, Dinge anzufangen und Dinge auch durchzuziehen. Ein weiterer Grund, warum Selbstreflexion so wichtig ist, weil viele Menschen ihre Ziele aus den Augen verlieren und gar nicht merken, dass sie gar nicht mehr daran arbeiten. Sobald man ein neues Ziel hat, denkt man, man ist für immer motiviert daran zu arbeiten, aber das ist nie der Fall. Du musst dir wirklich regelmäßig deine Ziele vor Augen halten, denn nur so wird es auch was. Tipp Nummer 7. Eat the Frog. Das bedeutet so viel wie, mach früh am Morgen die Tätigkeit, die unbedingt gemacht werden muss, auf die du aber überhaupt keinen Bock hast. Das Gefühl danach ist unbeschreiblich. Man fühlt sich auf einmal richtig frei und alle anderen Tätigkeiten, die man noch zu erledigen hat, fallen auf einmal extrem leicht. Wer es schafft, diese Gewohnheit zu installieren, der wird viel mehr schaffen und langfristig viel erfolgreicher sein. Noch ein kleiner Tipp. Versucht so schnell wie möglich mit dieser schwierigen Aufgabe am Morgen anzufangen und haltet eure Morgenroutine so kurz wie möglich. Denn es ist mittlerweile gefühlt schon ein Trend geworden, eine extrem lange Morgenroutine zu haben. Aber Lesen, Meditieren, Frühstücken und so weiter haben keinen Platz in einer guten Morgenroutine. Wer diese 7 Tipps beachtet, der ist allen anderen Menschen, die versuchen erfolgreich zu werden, um Lichtjahre voraus. Viele, die dieses Video jetzt sehen, werden diese Tipps vermutlich unterschätzen und sind auf der Suche nach einer Geheimformel, mit der sie sofort erfolgreich werden. Doch so etwas gibt es nicht. Viele denken immer noch, um erfolgreich zu sein, muss man etwas wissen, was die anderen nicht wissen. Aber das stimmt nicht. Um erfolgreich zu sein, musst du jemand anderes sein als die anderen. Also arbeite stetig an dir selber und du wirst erfolgreich. In diesem Sinne, checkt gerne die anderen Videos von Road to Billionaire und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.